Dieses ganze Land hat den Kopf in den Sand gesteckt. Das könnte es sein. Die Gelegenheit für uns, etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Wie oft im Leben bekommen wir die Chance, wirklich etwas zu bewegen? Finde raus, wer ihn getötet hat. Und ich sorge dafür, dass sie bezahlen. Mein Freund war amerikanischer Agent. Woran hat er gearbeitet? Er war an einem Shanghai-Triadenboss dran. Er heißt Anthony Lan Ting. Paul Soames. Anthony Lan Ting. Meine Frau Anna. Guten Tag. Es ist mir ein Vergnügen. Anthony Lan Ting. Runter! Schon rausgekriegt, wer die waren? Das werde ich. Erst versuchen Sie ihn umzubringen und dann wieder wollen Sie sein Leben retten? Ich würde nie etwas tun, das ihm schadet. Ich habe diesen Mann mit Lantin gesehen. Tanaka, japanischer Geheimdienst. Ich werde vorsichtig. Und ich will herausfinden, wer meinen Freund getötet hat. Connor hat mich kurz vor seinem Tod angerufen. Er wollte eine Liste aller Schiffe der Ostchina-Flotte. Es fehlen neun japanische Kriegsschiffe. Sie entziehen der Hauptflotte Schiffe und wir haben keine Ahnung, wo die sind. Die erste Flotte hat Pearl Harbor bombardiert. Du kannst hier nichts mehr tun. Sieh zu, dass du aus Shanghai rauskommst. Liegen Sie ihn noch? Sie verstehen gar nichts. Sie benutzen jeden, Ihre Freunde, Ihren Mann und wofür? Glauben Sie, ein Leben macht einen Unterschied? Willkommen in Shanghai.